moin leute herzlich willkommen zu meinem neuen video und zwar habe ich heute in siege frank gespielt und zeige euch auf jeden fall jetzt einige gameplays viel spaß und dann flägt mich muhammed warum auch immer aber muhammed ist wie gesagt 12 oder so von daher ist okay kann man schon mal verstehen kannst du nicht kicken alles gut wisst ihr ich ihr müsst es so sehen die sind sie sind halt sehr jung die leute und wenn die halt im kopf noch jünger sind dann sollen die doch so sein wie sie wollen ist doch alles gut ich meine es ist ein internet und ich habe mit ihm gar nichts zu tun nichts dann soll er doch mich flamen wie er will ich meine was hat er denn davon er kriegt ja meine aufmerksamkeit nicht jetzt schon weil ich ihn gerade erwähne aber wie aber jetzt spiele ich ein 700 in 600 das heißt es wäre nicht schlimm wenn ich verliere leute jetzt muss ich nicht zwei gewinnen um einen los auszuholen ich glaube so eine pam wäre schon nice okay das war absolut dumm das war mein bett ich gehe in die will ich nicht verlieren um ehrlich zu sein das wäre nicht so geil ich kenne ihn nicht mal das ist so ein droll ne das ist so ein fucking droll aber unsere kombos auch nicht also ich glaube eine pm wäre schon nice ohne witz ne ich bin so tilted was ist denn das ich kann nichts machen ich bin so tot die holen auch keine prozente ne hallo warum treffe ich nicht ich mache jetzt hier alles auf gar keine lust das ist so ein witz ich kann nicht mehr leute das ist zu viel für mich diese fucking kanone ne das ist so es gibt so fett minus ne es gibt mir so fett minus wäre nice wenn er in meinen schlag rein rennen würde dass ich ihn sieht dass ich ihn stunden kann ok perfekt ok perfekt ich konnte noch den roboter stunden das heißt wir haben noch eine chance zu gewinnen ich habe gefett fingert aber alles gut wenn wir das verlieren bin ich schuld ne weil ich gerade gefett fingert habe wäre geil wenn ich meine ulti kriegen würde holy fuck mein leben das ist ja absolut wer sind das ist ja das ist ja das ist ja ich bin so du Okay, fuck mein Leben. Ich hab verkackt. Nee, Leute, ich hab verkackt. Ich hab, ähm... Oh, wow. Oh, mein Gott. Egal. Wenn wir alles offen haben, ist das einfacher für uns. Alles gut. Aber die... Oh, nee. Ach, ich seh's grad erst jetzt, Leute. Die haben auch eine Pam und... Oh, mein Gott. Okay, ich nehm's zurück. Es ist doch nicht mehr einfacher für uns. Ich hab's gar nicht gesehen, dass die, ähm... Oh, Snipeen, Snipeen. Ich kann nichts machen gegen Leon. Oh, das gibt mir so fett Minus gleich. Egal, dafür kann Colt into a... Türi... Oh, mein Gott. Okay. What the heck? Ah, das ist, glaub ich, nur ein Win, oder? Dann hat der seinen... Was? Ich bin so tilted. Verwerf, ne? Wenn ich, ähm, schlage, dann bleib ich kurz stehen. Wow Ich warte gerade, bis das Ding Drinnen ist, ne, gut jetzt Ich mach mal alles auf Perfekt So, jetzt müssten wir Vorteile haben Weil wir ne Pam haben Wir können Mitte gar nicht mehr verlieren Normalerweise Ja, ne Stunde mach ich noch, Leute Und dann geh ich was essen Ich muss mir was zu essen machen Und ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen Das ist gar nicht geil Was, er trifft No way Das ist so ein Witz Er trifft Oh, ich kann nicht mehr, Leute Das ist zu viel für mich Das ist zu viel für mich Holy Fuck, mein Leben Ich werde hier absolut auseinandergenommen Jetzt, halt Jetzt, halt Jetzt ist mein time to shine Oder auch nicht So, das ist doch nicht mehr lustig Zum Glück haben wir ne Pam und alles offen, ne Deswegen ist unser Control ziemlich hoch Ich würde gerne ulten Aber er ist schlau genug Um nach hinten zu rennen Deswegen sammle ich einfach nur die Schrauben Okay, perfekt Hauptsache, ich hab die Schrauben Really? Zum Glück kann ich das Viech einmal stunnen, ne Perfekt Okay, perfekt, Leute Wir haben's Holy fuck, mein Leben Falls euch das Video gefallen hat Würde ich mich auf jeden Fall freuen, Leute Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt Könnt ihr mich auch gerne abonnieren Und die Glocke aktivieren Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, kaka